... mit Papier, ähm, vielleicht wird es ganz gut mit dir zu gehen, aber so oben schlafen, in dem Grund muss ich sagen. Ja, das hört sich doch schon ganz gut. 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 Ja, das hört sich doch ganz gut. Ja, das hört sich doch ganz gut. Ja, das hört sich doch ganz gut. Dankeschön!